Moin Freunde, ja, das hat man davon, wenn man Magen und Darm hat, ne? Man sieht zwar ziemlich zerflattert aus, aber das Schlimmste kommt ja eigentlich noch. Irgendwie habe ich es geschafft, die Schüssel zu sprengen. Tja, dumm gelaufen würde ich sagen. Also muss eine neue ran. Und das sogar gleich mit einem neuen Spülkasten. Ja, so viel dazu würde ich sagen, ne? Schüssel gesprengt, Klemmner ist da, neue Thron kommt rein. Dann kann man den Thron ja auch später nachher wieder gleich einweihen. Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Start in den Tag und macht nicht so doll und denkt dran, dass ihr eure Schüsseln heil lasst. Wisst ihr, was das Lustigste ist? Meine Frau, wenn die morgens aufwacht, dann muss sie immer sofort auf Toilette, ne? Und dann kommen da erstmal so 25 Liter raus. So, und da sie noch gar nichts weiß von ihrem Glück und da nur noch ein Loch im Boden ist, werde ich sie jetzt wecken gehen und nehme gleich einen Kaffee und einen Eimer mit. Vielen Dank.